In diesen Tagen der leider immer noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie gibt es zum Glück auch Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Zuversicht. Sogar in Stolberg. Dort hat ja die Überflutung ganz besonders große Schäden angerichtet. Aber eine Frau gibt nicht auf. Patricia Busari. Sie wird im Zinkhütter Hof zum Wirtschafts- und Industriemuseum gehörend wieder das Festival Momentum auf die Beine stellen. Wie seit 2016 und auch 2020. Es gibt eine wundervolle Bandbreite an klassischer Musik, auch für Kinder, den Karneval der Tiere. Und wir fördern mit unserer Stiftung Kinder brauchen Musik. Darum dieses Festival aus vollem Herzen und wünschen Frau Busari, den Künstlerinnen und Künstlern und ihrem Publikum ganz viel Zuversicht, die dann in die Zeit hineinreicht, die ja noch lange nicht ausgestanden ist. Da wird noch viel zu tun sein in Stolberg und man braucht Leute wie Patricia Busari. Hut ab!